Moin Leute, wir kommen bei einem neuen Video von Triana Heiko. Und jetzt geht es um 1.1. Und wir werden heute ein Challenge machen. Wir probieren nehmen mit Mini-Gons zu spielen und ängern. Okay, Schmallowbräut. Und wir sehen uns bei dem Matsch. Okay, das ist los. Nein, noch nichts. Nee, das ist die Klang. Geizt an. Lass mal. Los jetzt. Äh. Oh. Ah, schluckibock. Bei Agent C, bei. Was ist das auch nicht? Äh. Oh, egal. Nehmen wir mal jetzt einfach Puhl, wo es stört. Oha. Du hast direkt den Bondagen-Bazooka. Du hast direkt den Bondagen-Bazooka. Oha. Ey. Boot will mal Kiel klauen. Hä? Tut die Boot gemacht. Ja. Ich gucke, wo der Kiel ist. Oha. 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 Hä, viel warm, du brauchst du mir nicht. Ähm, du hast schon ein Boot. Nee, so kann ich nicht ohne mich. Ah, so blick. Hier hast du halt den Schutz. Oh, gar nicht. Uh, einfach hat Schutz. Ehrlich, wohl Munitionen. Ah, okay, ist sie einfach tot. Ist sie tot. So nehmen das Stütze. Miros. Ja. Nächste Mal. Wir sehen uns bei der nächsten Match. Und wir sehen uns bei der nächsten Match. Ja. Bis zum nächsten Match. König der Matros. Wir probieren eine neue Mission. Wir müssen in den Bots oder spielen dort man im Klassenpark. Wir müssen 100 Bots an, nicht 100 Bots an, 100 Leute, 100 Bots an Leute. Ah egal, ich verstehe fast mich. Und ja schon bis 53 Jahre alt. Und ja, ich probiere die 100 Haut an einem Tag zu machen. Okay, jetzt nehmen wir ein bisschen Ratz. Oh, wie schön ist der Ratz? Oh, da wollen wir erst mal die Bots klauen. Ich habe schon mal die Bots klauen. Ah, wo ist die? Oh nein, die Bots wird in Kiel geklaut. Oh oh. Oh oh. Oh, nehmen wir viel zu wissen. Bots ziemlich stark gehen. Schaffen sie mehr gehen. Okay, Minis trinken. Und noch ein Kirsch bis zum Dunzen. So, wenn ich mich aufgewirkt. So, wenn ich mich aufgewirkt. Ich will auch Minis matz. Und nun, ähm, kann ich mein Haus nutzen? Okay, wenn ich mich aufgewirkt, dann kriege ich meine Schaus. Okay, wenn ich mich aufgewirkt, dann kriege ich meine Schaus. Okay, dann kann ich die Schaus. Ich fülle mich aufgewirkt. Okay, dann kann ich die Schaus. Ich muss sie einfach nicht mehr sehen. Ich muss sie lass uns bleiben. Ich will nur die Schaus. Bitte beruf meinen Rängen oder Blues Schaus. Die Schaus. Steache dann? Ich kann so gut machen. Ich kann nicht aufgewirkt. swallow einen Schaus. Okay, ich habe keine Schaus. Oh mein Gott, sie können mal erstocken. Hä? Mein Gott. Ah, sie sind hundert Leute. Jetzt fährt's. Muss ich noch erst auf den Kuchen nehmen? Geht mir, geht es los. Hä? Wie schießt? Oh oh. Hey, oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, hat so. Ich weiß noch nicht mehr für Pumpkin. Ich weiß noch nicht mehr. Ich weiß noch nicht mehr. Oh oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott!